Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem weiteren Review und Giveaway. Heute geht es um die Silencium PC Navis F240 ARGB Wasserkühlung. Im Lieferumfang haben wir den Radiator mit den bereits vorinstallierten unverkabelten 120 mm ARGB-Lüftern. Das Mounting Kit für Intel LGA 1200, 1151, 1150, 1155, 1156, 2066, 2011-3, 2011 und den aktuellen 1700er Sockel für die Intel 12.000er Generation. Dazu habt ihr noch die Möglichkeit, die Wasserkühlung auf die noch aktuelle AMD-Generation mit AM4-Sockel zu montieren, zum Beispiel Ryzen 2000er, 3000er oder 5000er Serie. Eine kleine Tube Wärmeleitpaste liegt natürlich auch dabei. Die ARGB-Lüfter könnt ihr mit sämtlichen RGB-Softwares nutzen, wie zum Beispiel MSI Mystic Light RGB Fusion von Gigabyte, Asus Aura oder Asrock Polychrome Sync. Solltet ihr keine passenden Anschlüsse auf eurem Mainboard haben, könnt ihr die Beleuchtung einfach mit einem externen Controller ansteuern. Link dazu in der Videobeschreibung. Was den Einbau angeht, gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr vorgehen könnt. Der Hersteller legt unter anderem eine gedruckte Anleitung bei, ja, das macht tatsächlich nicht jeder und dazu bietet Silencium PC noch für jede Montage ein sehr detailliertes Video auf YouTube an, was ich euch natürlich auch verlinke. Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass die Montage wirklich sehr einfach war und es durchaus Hersteller gibt, die das Ganze komplizierter gestalten. Qualitativ finde ich den Pumpenkopf, den Radiator und die Schläuche sehr gut gelungen. Die Lüfter an sich sind auch mit gummierten Kanten versehen, was die Schwingungen ein wenig dämpft. Allerdings finde ich sie haptisch und optisch ein wenig billig und können nicht wirklich mit anderen Herstellern mithalten. Sie sind zwar nicht abgrundtief schlecht, aber ich hatte schon deutlich bessere in der Hand. Das ist natürlich sehr subjektiv, aber ich sage es halt wie immer so, wie es ist. Was die Lautstärke unter voller Last mit einem Ryzen 5800X angeht, liegen wir bei ca. 45 dB, was für den ein oder anderen vielleicht ein wenig zu laut ist, wenn man nicht gerade ein Headset trägt. Man muss natürlich ganz klar dazu sagen, dass die Messung außerhalb eines Gehäuses stattgefunden hat und die Lautstärke dann auch je nach Airflow und so weiter variieren kann. Und gerade ein Prozessor wie der AMD 5800X ist schwer mit einer 240er Wasserkühlung zu kühlen, ohne dass die Lüfter eben aufdrehen müssen. Nichtsdestotrotz kann sich die Kühlleistung durchaus sehen lassen. Wir liegen im Cinebench mit einer Leistungsaufnahme des Prozessors von 142 Watt zwischen 75 und 80 Grad und das bei einer Raumtemperatur von 22 Grad, was durchaus ein guter Wert ist. Ich habe den Cinebench R23 auch zweimal durchlaufen lassen und die Temperatur stieg nie über 80 Grad. Preislich liegt die Wasserkühlung mit knapp 90 Euro auf jeden Fall im unteren Preisbereich und wäre für jeden eine Option, der z.B. ein 12600K, 12700K, Ryzen 5600X oder 5800X kühlen möchte. Vorausgesetzt ihr habt das passende Gehäuse mit vernünftigem Airflow. Und nun zum Giveaway. Ich habe von Silencium PC zwei Wasserkühlungen zur Verfügung gestellt bekommen, eine zum Testen und eine für euch. Und wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß schon wie das ganze abläuft. Lasst ein Abo da, ein Däumchen nach oben und einen Kommentar. Der Gewinner wird in einem meiner nächsten Livestreams auf Twitch ausgelost und zusätzlich noch von mir im Kommentarbereich bekannt gegeben. Und bitte fallt nicht auf diese Bots rein, die euch zu irgendwelchen Versandkosten oder ähnliches bewegen wollen. Dieses Giveaway ist komplett free. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschau tschau.